Musik Herr Dr. Salomon, Wie hat Ihnen die Fahrt durch die Extrol-Waschstraße gefallen? Wie immer gut, kann ich sagen. Was halten Sie von der Idee Extrol-Autowaschen zu Gunsten chronisch näherenkranker Kinder? Das finde ich eine tolle Idee, dass ein Unternehmen sich auch sozial engagiert. Oh, ho, 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 ho! Das ist eine kleine Fahrtkarte. Okay, see you all then. Moritz, wie findest du die Extrol-Wasch-Strasse? So flutschig und flauschig wie ein Dettel. So flutschig und flauschig wie ein Dettel.